Toms Autowaschanlage Ach du liebe Güte Billy, was ist passiert? Eine Mauer ist zusammengebrochen? Zum Glück ist Supertruck hier, um zu helfen. Mal wieder eine fantastische Rettungsaktion, Supertruck. Was ist los? Du bist mit Staub und Dreck bedeckt? Also, was sollen wir tun? Toms Autowaschanlage besuchen? Großartige Idee! Hallo Tom, kannst du Supertruck helfen? Du hast recht Tom, er braucht wirklich eine Wäsche. Rein mit dir, Supertruck. Wir sehen uns drinnen. Was kommt als erstes Tom? Wir müssen ihn abspritzen mit dem Wasserstrahl? Okay, auf geht's! Ist das jetzt genug, Tom? Dir muss dieser ganze Staub in die Nase geraten sein. Was als nächstes Tom? Seife? Bist du bereit für den Rest der Autowäsche? Das bist du? Na dann, auf geht's! Hm? Hm? Ah! Kitzelt das? Was machst du für ein schelmisches Gesicht, Tom? Woran denkst du? Du willst Super Truck noch ein bisschen mehr kitzeln? Das reicht jetzt, Tom. Super Truck ist einfach zu kitzelig. Hervorragende Arbeit, Tom. Super Truck sieht wie neu aus. Vielen Dank, Tom. Bis bald. Billy, pass auf. Das war knapp. Sei vorsichtig, Billy. Wir wollen doch nicht, dass Super Truck dich noch ein zweites Mal retten muss. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Toms Autowaschanlage Es sieht so aus, als wäre auf der Baustelle gerade eine Lieferung angekommen. Warte, Francis. Pass auf. Da ist ein Stein hinter dir. Oh nein. Der Kasten war voll mit Farbenpuder. Da hast du aber mal ordentlich Farbe aufgelegt, Francis. Keine Sorge. Tom und seine Autowaschanlage werden deine natürliche Schönheit schnell wiederherstellen. Hallo, Tom. Francis ist gestolpert und hat einen Kasten mit Farbenpuder über sich verschüttet. Er hat recht. Du siehst wirklich wie ein Hippie aus, Francis. Das wird eine ganz schöne Sauerei. Aber wir müssen mit den Wasserstrahlen anfangen, bevor wir Francis waschen können. Dann fangen wir mit dem Spaß mal an. Du bist immer noch eine ziemliche Farbenpracht, Francis. Machen wir weiter im nächsten Raum? Wie willst du die Farbe runterkriegen, Tom? Seife? Schaumbad. Perfekt. Du meinst, das wird ein großer Spaß? Jetzt müssen sich die Walzen ans Werk machen. Ach du liebe Güte. Du siehst wie Zuckerwatte aus, Francis. Du hast recht. Das war wirklich spaßig. Jetzt müssen wir Francis wirklich sauber bekommen. Jetzt müssen wir Francis wirklich sauber bekommen. Was meinst du, Tom? Ist Francis bereit für die Politur? Ja, du hast recht. Da klebt immer noch ein bisschen Farbe. Da muss noch mal ein Schwamm drüber. Wow. Du siehst nagelneu aus, Francis. Bereit zum Abspülen und Trocknen? asinger. Passt du was? Telefonkaufte ist es wahnsinnig. Durant ihr찍. Die Trocknung ist ein bisschen zu heiß für dich, Francis. Du veränderst schon wieder deine Farbe. Tom, kannst du die Trocknung ein bisschen runterfahren? Jetzt siehst du wieder normal aus. Zeit zurück zur Baustelle zu fahren, damit du die restlichen Kästen abladen kannst. Und auch an dich einen Dank, Francis, dass wir so herrlich über deine bunten Blasen lachen konnten. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Ben. Einen harten Arbeitstag gehabt? Sieht so aus, als könntest du eine Wäsche vertragen. Oh nein, Ben. Jetzt brauchst du aber wirklich eine Autowäsche. Lass uns zu Tom fahren. Ich habe gehört, er hat gerade ein neues Geschäft eröffnet. Eine Autowaschanlage. Hallo, Tom. Schau mal. Du hast einen Besucher. Auf geht's. Tom? Ben? Seid ihr bereit? Als erstes sprühen wir Ben mit Wasser ein. Jetzt brauchen wir Seife. Jetzt brauchen wir Seife. Waschwalze. Waschwalzenzeit. Was kommt als nächstes, Tom? Okay, die Bürsten. Lass uns Ben abspülen. Wow, Ben, du siehst brandneu aus. Vielen, vielen Dank, Tom. Ich denke mal, du kannst jetzt nach Hause fahren, Ben. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.